Musik Hallo, mein Name ist Klausur und ich facke Schüler etwa 2-4 Mal pro Jahr ab. Also eigentlich 2-4 Mal pro Fach, was bedeutet technisch gesehen 10-15 Mal pro Jahr. Liebe Schüler, wir schreiben nächste Woche 3 Klausuren, ok? Aber wir hatten doch erst letzte Woche 3 Klausuren. Keine Sorge, ich bin doch gar nicht so schlimm. Ihr braucht gar keine Angst zu haben. Wirklich? Natürlich. Den Witz bringe ich jedes Jahr. Was müssen wir für die Klausur wissen? Na, das ganze Mathebuch. Was? Ach, das war doch nur ein Scherz. Das Beste an dem Ganzen ist natürlich zu sehen, wie die Schüler realisieren, dass ich sie verarscht habe. Die erste Frage lautet, wie heißt du und welches Datum haben wir heute? Ich heiße Sebastian und heute ist der 2. März. Und die zweite Frage lautet, analysiere das Buch Die Faust von Goethe auf altfranzösisch und ziehe davon dann die Wurzel. Ich dachte, es kommt nur Mathe dran. Tja, ich bin halt fächerübergreifend. Aber... So, die Zeit ist um, du bist durchgefallen. Haha! Bis zum nächsten Mal.